Weil unser Alltagsleben uns sowieso schon viel Saures gibt, halten inzwischen 100 Millionen Menschen es für sinnvoll zum Ausgleich täglich basisches Aktivwasser aus einem Wasserionisierer mit einem pH-Wert etwa um pH 9 zu trinken. Das ist 200 mal basischer als normales Leitungswasser. Es enthält mehr basische Ionen und mehr Mineralien wie Calcium und Magnesium, als das Wasser aus dem wir es zubereitet haben. Deswegen ist es auch leitfähiger für Ionen. Man kann ganz leicht Strom durchfließen lassen. Hörbar leicht und sichtbar leicht. Vor allem aber messen wir einen Elektronenüberschuss in Form eines negativen Redoxpotenzials. Hier sind es rund 500 Millivolt Unterschied zum normalen Leitungswasser. Man kann sich schon denken, dass ein paar Gläser davon am Tag etwas bringen, denn 18 Millivolt weniger bedeuten eine Verdoppelung des Elektronenangebots. Schon wenn das Aktivwasser aus dem Ionisierer fließt, kann man an der Knallgasprobe sehen, dass es viel Wasserstoff enthält. Und hören tut man es auch. Ich sammle jetzt mit einem Glas, unter dem ich den Auslaufschlauch positioniert habe, den Wasserstoff, der im Glasboden ansteigt. Machen Sie das nicht nach, denn es ist ganz schön explosiv, wenn Feuer und Sauerstoff drankommen. Ups, da hat das basische Aktivwasser aber einen großen, mächtigen Badabum gemacht. Was wir vorher an Strom reingesteckt haben, bekommen wir jetzt als Explosionsenergie zurück. In der Zeitlupe sehen Sie, wie sich die vorher aus Wassermolekülen gelösten Gase, Wasserstoff und Sauerstoff sofort wieder zu Wasser vereinigen. Das ist der Grund, warum aus dem Auspuff eines Autos mit Wasserstoffantrieb kein Abgas, sondern reines Wasser rauskommt. Ist ganz schön vielseitig, so ein Wasserionisierer. Begr safety war, haben wir jetzt noch nie. violations ansteigt werden. Ist nicht clean, aber wir replicate heute mit Wasser.. weggety suggest